Lass mich mal sehen. Es ist ein Loyalitätszeit gegenüber Amerika. Ich weiß nicht wieso, aber ich hab's zuerst für einen Scherz gehalten. Maro hat's unterschrieben. Maro hat's unterschrieben? Ja. Wenn du das nicht unterschreibst, sind wir dann beide ein Ziel. Wenn ich's nicht unterschreibe, feuern sie mich. Zehn Sekunden. Achtung, Kamera eins. Guten Abend. Jedermann, der Kommunisten schützt, ist untauglich, diese Uniform zu tragen. Man kann Menschen nicht verurteilen aufgrund von Gerüchten, Hören, Sagen und Unterstellungen. Verlangt man von meinen Kindern, mich zu denunzieren? Wird man sie anhand des Etiketts beurteilen, das man ihrem Vater angeheftet hat? Ich sehe eine Kettenreaktion voraus, die vor nichts Zeit macht. In einem versickelten Umschlag war die Anklage. Keiner hat sie gesehen. Meinen Sie nicht, dass die Leute, die den Inhalt jenes Umschlags gesehen haben, vielleicht eine bessere Vorstellung davon haben, was jemanden zu einer Gefahr für sein Land macht. Wer sind diese Leute? Oder glauben Sie, dass Sie das entscheiden sollten? Sir, wer sind diese Leute? Werden sie ernannt? Werden sie gewählt? Sind Sie es? Ich habe mein Gewissen erforscht und ich kann hierfür keine Rechtfertigung finden. In unserer nächsten Sendung geht es um Senator McCarthy. Wir werden ihn aufs Korn nehmen. Wir werden nicht in Furcht voreinander einhergehen. Jene, die sich Senator McCarthy's Methoden widersetzen, dürfen jetzt nicht schweigen. Mr. Edward R. Murrow hat wiederholt mich und jene angegriffen, die den Kommunismus bekämpfen. Jemand wird untergehen. Du kriegst dieses Jahr eine Steuerprüfung. Ich bestemme nicht. McCarthy will den 6. April. Ich lasse mich nicht von meinem Weg abbringen. Er hat's auf mich abgesehen. Versteht ihr, in welche Lage ihr uns bringt? Wir sollten bei dem, was wir jetzt sagen, sehr vorsichtig sein. Warum feuern Sie mich nicht, Bill? Nehmt euch Joe Kennedy vor. Dafür bezahlt werden. Murrow ist das Symbol, das Gehirn und der Anführer des Schakalrudels, das Propaganda für die kommunistische Sache betreibt. Okay, Freunde, es geht los. Wir können ebenso gut kämpfend untergehen. Wir werden die Story senden, weil der Terror schon hier in diesem Raum ist. Zehn Sekunden. Fünf. Vier. Drei. Ein Blick. Zwei. Wir können die Freiheit andernorts nicht verteidigen und sie hier aufgeben. Gute Nacht. Und viel Glück.